Auf jeden Fall schauen, dass sie sportlich fit sind, weil es nicht einfach ist. Es ist wichtig, dass man sich diese Disziplinen auseinandersetzt, das anschaut und dann einfach Vollgas geben. Ich muss immer auf dem Maximum trainieren, nicht auf den Vieren, sondern auf den Sechtern. Das ist schon ein Kindheitstraum für mich. Ich möchte das schon mein ganzes Leben lassen. Es ist eine anspruchsvolle Briefe. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ich liebe Sport, ich liebe an verschiedenen Orten zu arbeiten und auch die Abwechslung zum Außen- und Innendienst. Ich gebe mein Bestes, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.